ach mal wie heißt das hallo egal keine ahnung du will hat nicht anzeigen egal ich weiß auch mal dahin ja da kann ich mich gewöhnen halt normal und jetzt kommt es selber ich muss aufpassen nein die schöne karriere doch nicht kaputt geht ich treffe an den ja kommt ah geht auch weil der tuk-tuk hatte Glück oh wie geil ah wie geil tja haben die alle so gelitten ich mach die alle platt das ist so geil das ist ja was ich jetzt hoffe ich weiß dass man wagen ist jetzt nicht explodiert da kommt noch einer ha ha das ist das ist das ist das ist das ist die schöne karriere es tut mir leid es tut mir leid okay jetzt hier lang eh wie behindert er die pfeiler mehr von dem weg nach da hinten ist einer und was heli da oben wisst ihr ist sie alle dahinten auch komisch und geworben die übergegenzuhren man deshalb gegen die franche noch einen kilometer weiß ich nicht ob ich überleben mit dem wagen also ich überlebe auf jeden fall nicht im gegenverkehr mensch ganz in ordnung ich bin irgendwie gegen so wo ist das 100 meter er schaffe ich doch dort schaue ich jetzt beim bett habe ich nicht obwohl mensch ist noch okay da ich weiß mitten in den anus rein scheiße war doch super geklappt wo ist denn das mit mir wo ist das überhaupt super super besser kannst du nicht laufen salva mia so eine super reaktion 10 sieg und nachdem heruntergefallen ist so ist das ding wo ist das oder hauptisch nicht gesät wie geil die karre ich habe infektion die sie behalten müssen sehen sie eine bande unabhängiger schmuggler nutzt die schmuggel roten der roaches für ihre eigenen zwecke im moment ist das alles noch kein problem aber ich weiß dass aus harmlosen infektionen in kürzester zeit tödliche krankheiten werden seien sie mein antibiotikum töten sie diese bakterien da können die sachen ja super vergleichen das boot hier hat eine beträchtliche feuerkraft mit egal inweich nicht halt so oder so durch klackt die schmuggler aus sie oh oh ha 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 egal einfach unten drunter hat volltreffer nur noch eine die kaputt hör mal willst du kaputt gehen? das war's die Gruppen sind hier wirklich kurz ach komm dreh dich ach nö komm schon lass mir doch die geile Karre ich schwel sie haben und darum ist jetzt oben drüber so ne ok da war ein Nebel offenbar wäre der legendäre Stolz der Panauischen Lüfte der international bekannte Mile High Club heute beinahe Opfer eines tragischen Unfalls geworden angeblich befanden sich hunderte Geschäftsleute und Showgrößen an Bord des riesigen Tablets als dieser durch das beherzte Eingreifen einiger Panauische Agenten vor der Zerstörung bewahrt wurde ok warum ist das jetzt vor allem explodiert das hat mich jetzt wirklich ein bisschen erschrickt auf einmal das war unerwartet so auch noch ne Küste ach komm äh äh was geh bitte jetzt wir sind sie hier wirklich kurz aber naja schon macht sie eben einfach alle Bomben Stimmung na schön der Name gefällt mir schon Bomben Stimmung hat ne geile Sache und 5 km äh ich nehme mal den Wagen ich nehme keine Anhalter mit genau ich nehme keine mit aber ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock mit dem zu fahren also hole ich mir einfach ein Flugzeug also das Flugzeug werde ich mir zersparen das ist ein bisschen zu teuer und ich will Geld lieber irgendwie ein bisschen sparsamer ausgeben und ich kann Upgrad wo ist das ich kann noch ein Upgrad machen Upgrad Upgraden ich habe gerade die scheiße so ok und die menschen muss auch kurz was angucken ich muss kurz Pause so Leute habe Pause gemacht eine halbe Stunde Pause naja äh ja ich habe mich auf einmal angerufen ja auf einmal angerufen ich habe mich gefragt ob er mir kurz und die Minecraft zockt oder so ich habe mich jetzt angerufen und halbe Stunde kurz gezockt und dann jetzt geht es weiter hier wir wollten uns den holen um direkt hier weiter zu fliegen zur Mission Pass auf so und ich bin jetzt hier in der Base weil ich laden musste so komm Hebe ab Hebe ab äh nein nein schön schöner Start schön gefällt mir nicht ach für sieben Kilometer immer wieder witzig ja ich krieg ihn behindert warum nur sechs Kilometer so okay ich versuche jetzt irgendwie drunter durchzufliegen unter der Brücke also also ja es macht was Brückenlimbo haha ja einfach drüben fliegen eben drüber fliegen kann ja jeder das war ja richtig gesagt der Junge schönen Mikro ist an noch drei Kilometer zu fliegen ich flieg ins Wasser nicht und darum ist ein Flugzeug das dauert das dauert nicht lange und ich flieg jetzt wieder unten drunter vorbei und es klappt so 500 oh ne da muss ich wieder abspringen ok ich muss abspringen wo super es habe ich nicht gesehen naja ich war so ich muss den timer oh ne boah jahre ist da aus junge so ne ich lass das jetzt mal das erste ok mission die schaff über es ist aber die regierungstruppen durchtrennen unsere arterien und lassen uns ausbluten indem sie unsere handelswege zerstören sie müssen sie stoppen und ihre bomben rechtzeitig entschärfen halten sie die roaches am leben mein Freund Nur ich muss die haben leh... Oh ne. Ja ok, ich bin mit einfach mal. Beginn der Auslieferungsroute. Ok. Nicht klotzen! Sie sollen sie entschärfen! So, ah. Direkt mal falsch gedrückt. Schön. Am Arschfeuer? Nixfeuer. Ich feier. Oh, wir haben sogar eine Zeitbegrenzung. In vier Minuten. Ja, in vier Minuten Zeit. Das dürfte hoffentlich noch was sein. So, ok. 500 Meter. Nur um zugegenfahren. Boah, das war knapp. 200 Meter, 150 Meter, 100 Meter. Ok, das war jetzt ein bisschen blöd von mir, denn ich brauche gleich was zum Empfangen. So. So. So, ich brauche was zum Empfangen, ich brauche was zum Empfangen. Gehe ich auch zum Empfangen. Sie haben die Hälfte der Bomben entschärft, aber das reicht nicht. Ja, ich habe noch drei Minuten Zeit, das reicht. Und ich fahre lieber auf der Straße. Ja, im Dschungelwegen, da habe ich keine gute Erfahrung mit. Und WDR, was ist denn das für ein geiles Hochhaus da vorne. Da vorne, wenn ihr es sehen könnt. Und ich bin in WDR.